Hallo und herzlich willkommen zu Gerd Stoffe Keyboard, ich bin Azurech und dies ist ein wirklich sehr wichtiges und interessantes Video zum Battle.net Klienten. Wir befinden uns hier im Battle.net Klient und es gibt seit einigen Tagen DDoS Attacken bei Blizzard. Und was einem hier schon langsam sehr vertraut ist, ist diese Krabbe. Die Krabbe ist überall, egal bei welchem Spiel. Und was viele Leute nicht wissen ist, dass selbst hier ein sehr cooles und wichtiges Gimmick drin steckt. Und zwar, wenn man auf die Krabbe klickt, auf den Hut hier oben, ne ist egal sogar wo, kann man die Hüte ändern. Es gibt glaube ich irgendwie 24, 26 verschiedene Hüte, die man der Krabbe anziehen kann und das ist einfach episch. Und sollte man wirklich wissen, zum Beispiel können wir hier die Pokémon Kappe aufsetzen oder auch die Blizzard Kappe oder ein Strohhut oder irgendwelche Fühler. Es ist unglaublich, auch random anscheinend. Oho, guck mal hier, ein Hüte klingt. Und ja, das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich wollte es euch einfach, das wollte ich euch einfach nicht verheimlichen, denn das ist wirklich sehr wichtig, dass man das hier erfährt. Viel Spaß mit der Krabbe und dem Hut. Viel Spaß mit der Krabbe und dem Hut. Viel Spaß mit der Krabbe und dem Hut. Viel Spaß mit der Krabbe und dem Hut.